Musik Wisst ihr wo Garmisch-Partenkirchen ist? Garmisch-Partenkirchen ist ein Skiort in Bayern und laut Statistik werden dort am allerwenigsten Autos in ganz Deutschland geklaut. Wenn ich das hier richtig lese, dann wurden dort 2018 ganze 7 Autodiebstähle angezeigt, in einem ganzen Jahr, wovon wahrscheinlich 6 auch einfach nur falsch geparkt waren. Aber 7 Autos in einem Jahr, das fand ich irgendwie süß. Ich glaube hier in Berlin, wo ich wohne, werden 7 Autos die Stunde gestohlen. Bei mir geht's ja jetzt auch weiter mit meinem T3 und ich hab mich letztens mit jemandem unterhalten, der auch einen schönen, nicht perfekten, aber doch recht originalen T3 California fährt, den er sich gerade eben zugelegt hatte. Und als ich mit dem ins Quatschen gekommen bin, hab ich dem auch die Diebstahl-Story von meinem T3 erzählt und habe ihn gefragt, was er denn in Sachen Diebstahlsicherung für seinen Bus gemacht hat. Und der junge Mann war da sehr unbedarft. Was die Diebstahlsicherung seines Wagens anging, seine Worte waren nämlich... Ach Quatsch, Diebstahl, wer soll denn so eine alte Karre klauen? Doch höchstens jemand, der zufällig vorbeikommt und eine kleine Spritztour machen will, oder? Das ist nicht ganz falsch, aber diese Art von Dieben, die nennt man Joyrider und die sind eher die Ausnahme als die Regel. Komme ich gleich noch drauf. In Deutschland werden im Jahr so ca. 18.000 Autos geklaut und von 2012 bis 2018 war immer ein VW-Bus in allen Statistiken ganz oben mit dabei. Obwohl es so viele unterschiedliche Hersteller von Bussen gibt in Deutschland, war der am meisten geklaute Bus der VW-T4 Caravelle Multivan 2,5 TDI. Der T4 spielt wirklich immer auf den ganz obersten Plätzen mit, wenn man sich die Liste aller geklauten Autos in Deutschland überhaupt ansieht. Die T3-Busse sind jetzt natürlich nicht so weit oben in dieser Diebstahl-Statistik, aber dennoch werden sie in den letzten Jahren auch vermehrt gestohlen. Also sollte man auch bei seinem eigenen Bus, auch bei nicht so gut erhaltenen Exemplaren irgendwas machen, um seinen Bus gegen Diebstahl zu schützen. Und um zu verstehen, wie wichtig welche Art von Diebstahl-Sicherung ist, sollte man sich mal die Art und Weise vor Augen halten, wie Autodiebe überhaupt Autos klauen. Das machen die nämlich nur in den allerwenigsten Fällen zufällig. Und nur die allerwenigsten Diebe klauen einen Bus für den Eigenbedarf. 99% aller Autos werden im Auftrag geklaut. Dass ich meinen Bus nach dem Diebstahl so schnell und vor allen Dingen heile zurückbekommen habe, passiert auch nur einmal unter 10.000 Diebstählen. Das lag aber am Dieb. Denn der Typ, der meinen Bus geklaut hat, war zwar jemand, der andauernd Autos klaut, dem aber die Marke und das Modell recht egal sind. Und der wollte meine Karre auch anschließend nicht für kleines Verhämmern. Nein, dieser Typ klaut einfach Autos und lässt sie immer irgendwo stehen, wenn er keinen Bock mehr hat oder wenn die kaputt sind. Der Typ, der meinen Bus geklaut hat, gehört auch zu der Art von Dieben, die sagen, ich klaue einfach alles, was ich leicht klauen kann und wenn es ein Auto ist, dann nehme ich das Auto. Der macht das andauernd. Der Link zur Story von dem Typen, der meinen Bus geklaut hat und die Geschichte, wie ich ihn wiederbekommen habe, findet ihr in der Beschreibung. Normalerweise schauen sich Autodiebe euren Wagen und alles andere vorher genauestens an und spionieren die Karre richtig aus. Wo steht der Wagen? Steht er da immer oder sogar regelmäßig jeden Abend? Steht er da den ganzen Tag, zum Beispiel auf der Arbeit? Wann und wie lange steht er da? Ist es dort hell? Ist es dort dunkel? Gibt es da Kameras? Und so weiter. Und je nachdem, wie sehr sie an eurem Wagen interessiert sind, fahren die euch auch hinterher. Die schauen, ob ihr zum Beispiel regelmäßig ins Fitnesscenter shoppen oder mit dem Hund im Wald spazieren geht. Und dann wissen die auch genau, wie lange ihr wo seid. Und wenn die diese Fakten zusammengetragen haben, dann wissen die auch genau, wann ihr den Wagen an welchem Ort wie sichert. Die erstellen also mehr oder weniger ein richtiges Profil von euch. Die wissen dann genau. Der Fahrer wohnt da und da, kommt immer zwischen 20 und 22 Uhr nach Hause, stellt sein Wagen immer vor der Tür ab. Da steht er dann die ganze Nacht. Und er sichert die Karre vor seiner Haustür immer mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hat. Aber montags, mittwochs und freitags ist der Besitzer des Autos von 18 bis 20 Uhr beim Sport. Da steht der Wagen auf einem sehr großen Parkplatz ohne Kameraüberwachung. Und wenn er etwas zu spät kommt, macht er nur die Parkkralle rein. Manchmal auch nur die Lenkradkralle. Und die kennen dann auch eure Parkkralle mit Marke und Modellbezeichnung. Die kennen dann auch eure Lenkradkralle mit Marke und Modellbezeichnung. Und die kennen dann auch eure Pedalsperre mit Marke und Modellbezeichnung. Und weil die auch schon mal so ganz nebenbei an eurem Auto vorbeigegangen sind, haben die auch schon mal an der Karre gewackelt, um zu testen, ob da zum Beispiel ein Bewegungsalarm drin ist. Und wenn ja, welcher, welche Marke und wo sitzt der und wie laut ist der? Meistens arbeiten professionelle Autodiebe in Teams mit zwei oder drei Personen. Es gibt auf der einen Seite den Speer oder Spotter, der nichts anderes macht, als durch die Gegend zu fahren, um möglichst lohnende Ziele zu finden und auszuspionieren. Der findet dann alles raus, was es rauszufinden gibt. Und dann gibt es meistens noch zwei Autodiebe, die dann gemeinsam im eigenen Auto kommen. Gemeinsam wird der Wagen dann geöffnet und gestartet und einer fährt dann mit eurem Auto weg und der andere fährt mit seinem eigenen Auto nach Hause. Und die Diebe, die so vorgehen, die haben dann auch mit hundertprozentiger Sicherheit alles Nötige dabei, das sie dann brauchen, um in nullkommanix euren Hobel zu klauen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Die sind bestens ausgestattet und die sind bestens vorbereitet auf genau eure Parkkralle, auf genau eure Lenkradkralle, auf genau eure Pedalsperre. Die haben dann nicht nur alle nötigen Werkzeuge dabei, um schnell die Türen aufzubrechen, sondern die haben auch ein neues Zündschloss dabei und nötigenfalls sogar ein neues Lenkrad und wenn es sein muss, sogar ein ganzes Ersatzrad. Und dann ist der Bus weg. Das einzige, was wir einem Dieb stehlen können, ist halt die Zeit. Da die meisten Diebe in der Regel nach drei bis vier Minuten das Handtuch schmeißen, wenn es bis dahin nicht geklappt hat mit der Klauaktion. Darum ist es wichtig, so einen Bus sowohl gegen das Eindringen ins Fahrzeug zu sichern, als auch gegen das Wegfahren des Fahrzeugs. Aber beides ist nur ein Spiel auf Zeit, denn für richtige Diebe sind alle Hürden irgendwann überwindbar. Und egal, was ihr wann und wie einbaut, auf die Aufmerksamkeit anderer Leute braucht man sich beim Autoklauen nicht zu verlassen, denn die meisten Leute schauen eher weg als hin. In einem ungesicherten T3-Bus ist so ziemlich jeder in Nullkümmer nichts drin, weil die Original-Schlösser einfach scheiße sind. Und wenn der dann erstmal im Bus drin ist, dann arbeiten die meisten Diebe im Liegen weiter, dann sieht die sowieso von draußen niemand und dann haben die sogar quasi ihre Ruhe. Und glaubt nicht, dass eure Fahrzeuge nur nachts in Gefahr sind. Profi-Autodiebe sind nicht nur geübte Langfinger, nein, die sind meistens auch total dreist. Und darum ergibt, wie eben schon erwähnt, nur eine Kombination aus verschiedenen Diebstahlsicherungen wirklich Sinn. Je länger ein Dieb braucht, um in das Fahrzeug zu gelangen, desto später kann er damit beginnen, zu versuchen, das Fahrzeug zu starten und wegzufahren. Und das waren kurz meine Gedanken zum Busdiebstahl. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020